Servus Leute und schön, dass ihr wieder da seid. Wie ihr seht, heutiges Video dreht sich um das Thema abrichtigen Hobel und zwar der, den ich mir letztens gekauft habe vor circa, wie lange ist das jetzt her? Bestimmt zwei Monate und es haben mich so viele von euch gefragt, Mario sag mal ein bisschen was zu dem Hobel, kannst du den weiterempfehlen, weil der preislich natürlich sehr sehr attraktiv ist, werdet ihr gleich aber noch erfahren. Ich werde auch nicht von Benado gesponsert, ich habe mir den Hobel selber gekauft und solche Erfahrungsberichte mache ich natürlich gerne, wenn mich sehr viele von euch fragen, sag mal ein bisschen was dazu, was hältst du davon, was ist schlecht, was ist gut und das mache ich natürlich und das machen wir heute in diesem Video. Ich werde kurz mal ein bisschen auf den Hobel eingehen, was das für, was er für Eigenschaften hat und da gibt es ein paar richtig coole Eigenschaften, wie ich finde. Ich bin jetzt auch kein Hobel Experte, das heißt, das ist mein erster Hobel seit viereinhalb Jahren, wo ich bei YouTube dabei bin. Eigentlich traurig, ich hätte mir den viel früher kaufen sollen, aber es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen und ich möchte natürlich diese Erfahrung mit euch teilen. So, bevor ich jetzt jedoch anfange zu quatschen, meine Knie taten schon weh, hole ich mir einfach einen Stuhl. Also, wir fangen ganz einfach an. Modellreihe heißt AD 260 S von Benado. Es gibt viele verschiedene Modelle, ich verlinke euch unten die Seite, wo ich den gekauft habe und dort sind die verschiedensten Modelle aufgezeichnet, ihr könnt euch das angucken. Das ist jetzt mehr oder weniger die kleinste Version von der Breite her. Ihr wisst ja, es gibt normalerweise Standard Hobel Breiten sind 260, 310, 410, ich glaube 510 gibt es auch noch, aber das ist jetzt eine 260er, also die kleinste Variante und ich finde für mich schon mal vorab vollkommen ausreichend. Ich habe recht lange gesucht nach einem Abricht-Dickenhobel, weil es gab ein paar Kriterien, die für mich einfach wichtig waren. Was wollte ich? Ich wollte, dass der Umbau zwischen Abricht und Dickenhobel nicht zu lange dauert. Ihr kennt vielleicht, das Video von Mr. Handwerk und seiner Metabo. Ich will nichts Negatives sagen zu dem Abricht-Dickenhobel, er mag wirklich gut sein, er ist auch preislich sehr attraktiv, ziemlich günstig, aber diese Umbauzeit von ich weiß nicht wie viele Minuten, habe ich gar keine Lust drauf und das war ein Kriterium. Zweites Kriterium, ich wollte unbedingt eine Spiralhobelwelle haben und wenn man sich so im Markt umschaut, dann gibt es ganz klar Hammer, die A3 31 zum Beispiel mit einer Spiralhobelwelle, ich glaube da liegt hier so im Bereich knapp unter 4000 Euro oder 4000 Euro, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in dem Bereich liegt hier da und so viel Geld wollte ich auf keinen Fall ausgeben. Als zweite Maschine, die in dem Rahmen liegt, ist natürlich eine Jet und die liegt auch preislich knapp unter 4000 Euro meine ich. Was gibt es noch für Hersteller? Ich weiß es gar nicht. Die Woodpecker, die Jonas Winkler hat, die gibt es aber jetzt mit 410 Millimeter Breite, das ist natürlich ein bisschen größer, von daher die kostet knapp unter 6000 Euro glaube ich, aber klar von der Breite her verständlich. Aber ihr seht, das sind wirklich hohe Preise und ich wollte unbedingt unter diesem Preis bleiben, weil ich wollte nicht so viel Geld für einen Hobel ausgeben. Hätte ich den nicht gefunden, hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen geholt, ohne Spiralhobelwelle. Das heißt, ich müsste von einige Abstriche machen, aber zum Glück gibt es tatsächlich von Bernardo eine, die von den Umbauzeiten, Umrüstzeiten abbricht zu dicken Hobel. Super einfach geht, das werdet ihr gleich sehen. Und zudem hat sie eine Spiralhobelwelle und die ist genau hier drin. Ich werde euch das gleich auf jeden Fall im Detail mal zeigen. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen, ich werde euch gleich den Preis sagen. Also, diese Maschine, so wie sie hier steht, ohne den fahrbaren Untersatz, mit Spiralhobelwelle, kostet 1700 Euro meine ich. Überlegt euch mal, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 1700 Euro im Vergleich zu knapp 4000 Euro. Ihr habt eine Spiralhobelwelle und ihr werdet gleich sehen, wie das mit den Umrüstzeiten geht, von Abricht auf Dickenhobel. Absolut spitze. Gehen wir mal kurz auf die Eigenschaften. An sich eigentlich nichts anderes wie bei allen anderen Maschinen. Es ist wirklich super stabil gebaut aus Gussteilen, Aluminiumteilen. Wir haben eigentlich gar keinen Kunststoff außer diese Drehgriffe hier. Alles andere ist wirklich sehr, sehr solide gebaut. Wir haben hier die Messerwellenabdeckung und das ist wie bei allen anderen Maschinen. Man dreht hier dran und man kann das Ganze hoch oder runter drücken. Genauso wie hier für die Messerwellenabdeckung vorne, hinten. Also, wie ihr seht, es ist prinzipiell alles wie bei den anderen Maschinen. Zudem, wenn man das wegklappen will, gibt es hier einen Hebel und dann kann man das Ganze hier schwenken und dann zumachen. Dann ist schon mal die Messerwellenabdeckung aus dem Weg. Dann haben wir hier unser Drehrad. Wenn wir das lösen, können wir hier vorne, wie sonst bei allen anderen Maschinen ähnlich aufgebaut, 1 bis 3 mm abnehmen beim Abrichten. Hier vorne, dann senkt sich der Tisch oder erhebt sich abhängig davon, was man hier einstellt. Wir sind jetzt hier hinter dem Anschlag und wie ihr seht, wir haben eigentlich nur zwei Hebel, die wichtig sind. Wenn wir den lösen, können wir hier den Winkel einstellen und der andere Hebel ist zum Arretieren von dem Anschlag, damit wir den verstellen können und dann wieder zumachen können. Und der Anschlag an sich ist wirklich sehr stabil aufgebaut. Ich habe das Ganze ausprobiert, wo ich die Eiche durchgehauen habe. Weil das Interessante ist ja, wenn ihr den löst bzw. wenn ihr den spannt, dann seht ihr, dann spannt ihr hier vorne dieses Stück mit der kompletten Fläche hier hinten. Und der ist wirklich sehr, sehr stabil. Da braucht ihr keine Angst haben, dass wenn ihr irgendwie ein Brett durchhaut, dass sich der Anschlag verbiegt. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, das habe ich schon ausprobiert. Hier vorne bei der Bedieneinheit seht ihr, das ist alles ähnlich den anderen Maschinen aufgebaut. Ihr habt hier vorne die Skala, ihr habt hier den Hebel, um das Ganze hier runter und hoch bewegen zu können und dann natürlich das Ganze feststellen, wenn ihr die jeweilige Höhe erreicht habt. Hier haben wir den Ausknopf, den Notaus und wenn ihr auf den dicken Modus wechseln wollt, dann müsst ihr natürlich das hier nach oben schieben, damit die Walze hier, die Vorschubwalze aktiviert wird. Ansonsten beim Abrichten einfach runter und fertig. Soweit ich weiß, hat Benado im Lieferumfang genauso wie Hammer, die haben diese Digitalanzeige hier vorne. Ich habe mir das erspart, weil ich wollte, wie gesagt, nicht zu viel Geld ausgeben. Ich weiß auch nicht, wie teuer das ist, könnt ihr euch gerne mal angucken, aber für mich reicht das so vollkommen aus. Kommen wir einmal zu dem Umbau von Abrichten auf Dickenhobeln und dann zeige ich euch die Messerwelle, weil dann kann man sie sehr gut sehen. An sich nichts Schwieriges, wir haben hier einen Hebel und hier einen Hebel. Den müssen wir einfach nur lösen und wir müssen den einen lösen. Das war es auch schon. Was wir jetzt machen, ist einfach nur das Ganze hochklappen, meine Freunde. Und ihr seht, wie schnell das geht. Das waren jetzt mit euch zusammen beim Zeigen 5, 6 Sekunden, 10 Sekunden, lasst es 10 Sekunden sein. Ansonsten brauchen wir 5 Sekunden und es ist umgebaut von Abrichter auf Dickenhobel. Und das Coole ist ja, wenn wir das natürlich rückgängig machen, dann müssen wir hier einmal drücken und das Ganze wieder runterschieben. Das Coole ist ja, wir müssen den Anschlag nicht rausnehmen oder verschieben. Wir müssen nicht den einen Tisch vorher hoch machen, dann den anderen hoch machen oder wir müssen nicht den Tisch abbauen oder was auch immer. So schnell geht das und das finde ich richtig geil. Das spart natürlich ordentlich Zeit. Wenn wir das haben, dann müssen wir natürlich erst mal das hier runterfahren. Ich mache das mal einmal. Auf die Schnelle. So, ich glaube, das reicht schon. Jetzt können wir für die Absaugung einfach nur umklappen. Fertig ist die Geschichte. Und hier, meine Freunde, seht ihr das Herzstück der Maschine und zwar die Spiralhobelwelle. Wir haben hier vorne die Messer und wir haben hier hinten die Messer. Das verläuft natürlich alles spiralförmig. Wir haben insgesamt bei diesem Hobel 24 Messer. Und falls ihr euch fragt, das ist ja komisch, wieso sind da diese Abstände dazwischen? Normalerweise, ihr kennt ja bei, ich weiß nicht von Hammer, diese Silent Power Hobelwelle, das ist ja alles voll mit Messern. Hier hat man halt ein bisschen gespart, was aber nicht schlimm ist. Diese Lücken, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, weil wenn wir mit dem Finger jetzt komplett gleich lang gehen, schließen die Lücken mit der anderen Reihe der Messer ab. Von daher, nicht dass ihr jetzt denkt, der hobelt ja nur in den Bereichen, wo hier die Messer sind und in den Lücken, da hobelt ja gar nichts. Nein, die Messer verlaufen weiter in der Spiral, Spiralhobel, spiralmäßig und sie schließen natürlich mit den Lücken hier vorne ab. Das Hobelbild ist absolut geil, werdet ihr gleich auch nochmal sehen. Ich werde das gleich nochmal durchhauen, ein Stück Eiche, aber das Coole bei diesen Messern ist halt, ihr kennt das ja, man kann sie wechseln. Wenn zum Beispiel ein Nagel da ist, ihr beschädigt irgendein Messer, dann könnt ihr das tauschen. Ihr nehmt das einfach hier ab, dreht das Messer, hier ist durchnummeriert, 1, 2, 3 und wahrscheinlich hier ist ein, was ist das, ein Rautezeichen, das ist wahrscheinlich die letzte Stelle. Und dann könnt ihr das Ganze viermal wenden. Von daher braucht ihr keine Angst haben, ihr kriegt sogar noch 5 von diesen Messern mitgeliefert, falls es komplett kaputt geht. Aber das Ding ist wirklich klasse. Bevor wir gleich mit den Hobeln anfangen, wollte ich euch hier unter dem dicken Hobeltisch mal zeigen, wie das Ganze aussieht, weil das auch für sehr viele interessant war. Und wir haben hier mittig unsere fette Säule, die den ganzen Tisch nach oben und unten bewegt. Und ich würde sagen, diese Säule, das ist auch bei sehr vielen Hobeln so, das ist wie so eine Art Führungssäule, würde ich jetzt behaupten. Falls ich falsch liege, könnt ihr mich gerne korrigieren. Ansonsten, ihr kennt das ja bei günstigeren Hobeln. Wenn ihr das Ganze hochdrückt oder runterdrückt und ihr schickt euer Holz durch und es hobelt, dann kann es passieren, dass euer Tisch hier vorne runterklappt. So ein bisschen sich neigt nach unten oder in dem hinteren Bereich sich nach unten neigt. Das passiert bei diesem Hobel auf jeden Fall nicht. Ich habe das nämlich verfolgt, wo ich mein Bett gebaut habe und der Tisch war die ganze Zeit super gerade. Es hat sich nichts bewegt. Das kann ich euch auf jeden Fall garantieren. So, ich habe hier ein schönes Stück Eiche, das werden wir gleich durchhauen durch den dicken Hobel. Ich werde gleichzeitig die Lautstärke mit aufnehmen, dann könnt ihr euch das anschauen. Und an sich, sobald wir durch sind, schauen wir uns mal das Hobelbild an. Ich werde gleich die Maschine einschalten und ihr seht hier vorne mein Handy, das nimmt die Lautstärke auf in Dezibel mit so einer App. Ob die App jetzt super ist, ich weiß, es ist gar keine geeichte Messung, aber ihr könnt ungefähr erahnen, wie laut das Ganze ist. Mein Handy ist jetzt ungefähr einen Meter von entfernt und ihr werdet gleich so ein kleines Brummen hören im Intervall. Das Licht aber an dem Gehäuse, an dem Blech hier hinten, das vibriert. Ich mache das gleich mal an, dann hört ihr das Brummen und wenn ich gegen das Blech drücke, dann hört das Brummen auf. Ihr habt es gerade gehört, ungefähr bei 66 Dezibel liegen wir. Und ich finde das wirklich nicht laut, das ist wirklich ein angenehmes Geräusch. Aber wir werden uns das gleich anhören, wie das aussieht, wenn wir die Eiche durchhauen. Das wird natürlich ein bisschen lauter sein. Was das Brummen angeht, wahrscheinlich muss ich ein paar Schrauben nur anziehen hinten an dem Blech, dann ist das auch schon erledigt. Was das Brummen angeht, wahrscheinlich wäre es schon schwer. Werden ein paar Schrauben nicht angeht, also ist es genau die Schrauben nicht angeht. Ich finde das Brummen. Ich finde es ganz schön. Wir werden uns mit dem Blech drücken, dann geht das Brummen. Und ich finde das Brummen. Und die Schrauben nicht angeht. Und ich finde es hilft, es hilft, es zu verständigen. Und ich finde das Brummen muss es schon wieder. Und wenn es einfach ein aide. Und wir werden es hilft, 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 es heilt. so macht das was ich gerade gemacht habe auf jeden fall nicht nach also eine abrichte ohne absaugung betreiben ich habe das jetzt nur aus diesem grund gemacht weil wenn ich die absaugung angeschmissen hätte wäre die lauter gewesen als der abrichtigen hobel selbst im betrieb wenn ich das holz hobel von daher habe ich es ausgelassen aber an sich dieser feinstaub man hat diesen richtig fein staub gesehen in der kompletten garage also niemals abrichtigen hobel ohne absaugung betreiben was das hobel bild angeht hier könnt ihr sehen absolut klasse bild wirklich glatt das ist ja förmlich am glänzen liegen zu irgendwelche hobelschläge also wirklich klasse ich kann wirklich nichts negatives zu dem hobel bild sagen und jetzt noch ein paar worte zu dem abrichtigen hobel warum ich mir den geholt habe und wieso die entscheidung jetzt auf dem bernardo gefallen ist und nicht auf irgendeinen hammer oder ein jet ganz einfach erstens auf jeden fall der preis ganz klar der preis ist unschlagbar ich finde keinen anderen hobel mit diesen mit diesen eigenschaften der diesen preis hat zum zweiten spiral hobel welle absolut klasse ihr seht das hier an dem hobel bild wirklich wirklich toll an sich auch sehr leise und das mag ich klar im betrieb ist das ein bisschen lauter aber ist ja auch nicht schlimm dass es trotzdem nicht so laut wie normales messer mit drei klingen zum beispiel dann diese umröstzeit von abrichte auf dicken auf dicken hobel ihr habt es gesehen das sind wirklich ein paar sekunden ich finde das absolut klasse und zum anderen warum jetzt 260er und nicht zum beispiel 310er oder 410er breite ganz einfach ich stelle mir das so vor folgendermaßen ich habe jetzt ein brett also eine bohle und die ist sagen wir mal ich habe ein 410er abrichtigen hobel das heißt ich kann 410 mm an breite hobeln ich habe das jetzt hier gemacht an dem und ich weiß ich habe ungefähr 20 22 zentimeter an breite gehobelt von der eiche drei meter länge und ich habe mir einen abgebrochen meine freunde das ist nämlich gar nicht so einfach mit so einer abrichte und mit solchen langen bohlen zu hantieren und wenn ich mir jetzt vorstelle ich habe jetzt 410 mm eiche an breite und drei meter länge dann würde ich behaupten dass ich das fast gar nicht hinbekomme diese abzurichten weil das so schwer ist das ist wirklich unglaublich von daher ist mir die breite an sich das war nämlich meine überlegung vorher schon die breite an sich ist mir egal ganz einfach die ist mir egal weil wenn ich zum beispiel einen tisch fertig baue dann baue ich den ja zusammen aus kleineren schmaleren stücken und die gehen bis zu 15 zentimeter breite und die werden dann zusammen verleimt von daher reicht mir so ein 26 zentimeter hobel oder 25 was maximal möglich ist vollkommen aus das einzige der einzige nachteil bei solchen kleinen abrichtigen hobel sind diese tischlängen wenn ich mir das mal anschaue wir haben ja hier vorne den tisch und den abgabe tisch und die länge von den beiden tischen beträgt hier haben wir 53 zentimeter abgabe tisch und knapp 53 zentimeter für den vorderen tisch da würde ich mir natürlich wünschen wenn der ein bisschen länger wäre weil stellt euch vor diese drei meter langen bohlen dadurch zu hauen hier vorne vielleicht nicht so das problem wie zum beispiel beim abgabe tisch wo man das wirklich weiter weg drückt und jetzt stellt euch mal vor diese drei meter lange bohle die ist ja richtig schwer und ihr kommt schon fast bis zum ende das ganze gewicht ist schon oft am abgabe tisch also eigentlich in der luft und ihr müsst trotzdem weiter runter drücken um ein schönes hobelbild zu haben und da bin ich mir sicher bei drei meter ohne rollböcke oder irgendwelche unterstützung fällt das ganze hin und dann habt ihr euer hobelbild versaut von daher da würde ich mir zum beispiel wünschen einfach dass der tisch länger ist aber bei dieser dimension von abrichtigen hobel das heißt bei 260ern bin ich mir sicher es gibt keinen anderen hobel der keine ahnung zwei meter abgabe tisch hat gibt es gibt es einfach nicht deswegen holt man sich auch zum beispiel in 410 abrichtigen hobel weil die tische auf jeden fall ein bisschen länger sind aber ich finde das nicht schlimm weil ohne die dinger hätte ich das sowieso nicht geschafft deswegen habe ich mir die von vornherein schon geholt rollböcke zwei stück ich glaube die kosten irgendwie an die 70 euro also nicht so viel und ohne die hätte ich das sowieso nicht geschafft mit dem abrichten von daher bin ich glücklich dass ich mir die geholt habe und und wenn ihr euch solche abrichtigen hobel holt kann ich euch auf jeden fall empfehlen holt euch rollböcke ihr werdet die immer wieder brauchen glaubt mir was ist meine meinung zu einem bernardo abrichtigen hobel mit spiral hobel welle ich finde das ding einfach nur klasse ich konnte bislang wirklich nichts negatives feststellen was das hobeln an sich angeht er hat alles gemeistert ich habe das bett fertig gemacht und das waren einige bohlen ich glaube ich habe acht bohlen bestimmt 50er breite durchgehauen natürlich in kleineren stücken aber alles gar kein problem er hat mich nicht im stich gelassen die absaugung an sich ich habe drüber gemeckert aber prinzipiell ich habe mich wieder abgeregt und normalerweise es ist halt so was man zahlt das kriegt man auch beziehungsweise wie viel man zahlt kriegt man auch das ding ist nicht schlecht es hat seine arbeit geleistet klar ein bisschen fummelig mit dem mit dem späne sack aber an sich sie hat abgesaugt sie ist halt lauter als der hobel aber ich glaube das ist schon fast normal ja alles in allem auf jeden fall zufrieden mit dem hobel eigentlich auch mit der absaugung und die rollböcke auf jeden fall super wichtig finde ich fahrbarer untersatz finde ich auch sehr sehr wichtig ansonsten könnte ich das ding nicht durch die garage bewegen und ich habe keinen bock mir irgendwas dafür zu bauen es gibt schon irgendwas ich glaube 100 100 oder 120 euro kostet fahrbarer untersatz ich werde euch auf jeden fall alles unten verlinken falls euch das interessiert könnt ihr euch gerne anschauen ansonsten leute falls ihr irgendwelche fragen habt falls ich irgendwas vergessen haben sollte zu erwähnen irgendwas wichtiges dann schreibt mich einfach an alles gar kein problem und ich hoffe euch ich konnte euch ein bisschen helfen bei der entscheidung ansonsten sehen wir uns zum nächsten video wieder macht's gut und bis dahin